Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Inseiten der Unsicherheit muss ein starker und wehrhafter Rechtsstaat den Menschen Halt geben. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass Polizei und Justiz sie effektiv schützen und ordentlich ausgestattet sind. Für uns ist wichtig, dass die Menschen sich sicher fühlen und sicher sind. Voraussetzung dafür ist ein wertegebundener, grundrechtsgebundener Rechtsstaat, der die Menschen schützt und der den Kampf gegen Extremismus jeglicher Couleur aufnimmt. Wir dulden weder rechtsextreme Parolen und Vorgehen gegen Flüchtlingsheime, wir dulden nicht linksextreme Gewalt auf den Straßen und wir bekämpfen auch islamistischen Terror. Wir sind auf keinem Auge blind. Das sind Voraussetzungen für den Rechtsstaat. Voraussetzung ist auch Vertrauen in die Wirkung des Rechts und seine Institutionen. In diesem Zusammenhang war es richtig, dass sich der Herr Bundesjustizminister von seinem Lob für eine extremistische Band, die Gewalt und Hass gegen Polizeibeamte gefördert hat, distanziert hat. Ich hätte mir diese gleiche Einsicht auch gewünscht bei unserer Familienministerin Manuela Schwesig, die sich in Unkenntnis der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Justiz sehr unzutreffend zu einem Gerichtsverfahren geäußert hat. Wir haben, meine Damen und Herren, in den letzten Jahren sehr viele gute und richtige Gesetze im Bereich der Innen- und Justizpolitik auf den Weg gebracht. Und es ist eben nicht richtig, dass allein der richtige Gesetzesvollzug notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen. Dort, wo Lücken bestehen, dort, wo unsere Freiheit gefährdet ist, muss der wehrhafte Rechtsstaat auch mit klugen und besonnenen Gesetzen gegensteuern. Und das haben wir gemacht. Und ich bin froh, dass wir das Gesetz zur Speicherung von Verbindungsdaten auf den Weg gebracht haben. Das ist ein richtiges Gesetz, damit der Rechtsstaat auf Augenhöhe mit Kriminellen und Terroristen agieren kann. Wir müssen uns auch ehrlicherweise fragen, ob wir in manchen Bereichen nicht noch nachjustieren müssen, bei den Fristen oder auch bei der Frage der entsprechenden Straftaten. Ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt, ist die Frage der Wohneinbruchskriminalität. Es ist ein Thema, das wir nicht kleinreden dürfen, wo wir auch nicht von vornherein sagen können, Herr Kollege Fechner, gibt es keinen gesetzgräberischen Handlungsbedarf. Wenn in eine Wohnung, in ein Haus eingebrochen wird, verletzt das die Menschen in ihrer unmittelbaren Intimsphäre. Sie sind verunsichert, sie haben in den eigenen vier Wänden, die ihnen eigentlich Schutz geben sollten, besonders Angst und fühlen sich unsicher. Deswegen steht ein Wohneinbruchsdiebstahl in seiner kriminellen Energie, einem Raub oder einem Main-Ein in nichts nach. Und deswegen bitten wir darum, dass wir gemeinsam den Wohnungseinbruchsdiebstahl zum Verbrechen erklären, dass es keinen minderschweren Fall gibt, sondern dass der Rechtsstaat deutlich sagt, wenn eine Wohnung einbricht, begeht eine schwere Straftat. Es ist auch wichtig, damit wir den Ermittlungsbehörden die richtigen Instrumente geben können, einen Zugriff auf Verbindungsdaten, auch bei Wohnungseinbruchsdiebstahl. Wir müssen uns auch überlegen, ob wir Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen im Falle der Wohnungskriminalität einführen, um die Menschen effektiv zu schützen, die Aufklärungsquoten zu erhöhen und damit diesem Phänomen sehr gültig den Kampf ansagen können. Und wenn wir über Wohnen sprechen, dann fällt auch ein Blick auf die Frage, wie gehen wir mit Mieten und mit der angesprochenen Mietpreisbremse um. Für uns ist eines entscheidend, und das hat heute gar niemand angesprochen. Der Kampf gegen Wohnungsnot in den Großstädten wird nicht allein über die Regulierung der Mietpreishöhe zu gewinnen sein, sondern das geht nur über den Neubau von Wohnungen. Und der Neubau von Wohnungen hat auch stets eine steuerliche Komponente. Und Sie können nicht hier, liebe Kollegen der SPD, auf der einen Seite eine Verschärfung der Mietpreisbremse einfordern, aber dann, wenn es darum geht, steuerliche Verbesserungen für den Wohnungsbau herbeizuführen, da haben Sie blockiert. Das passt nicht zusammen. Für uns ist auch klar, dass Wohnen eine sehr tragfähige Komponente der Altersvorsorge ist. Deswegen werden wir auch noch genau hinsehen, ob die jetzt stärker auftretenden Berichte einer möglichen Altersdiskriminierung im Bereich der Kreditvergabe bei der Wohn- und Immobilienkreditrichtlinie zutreffen oder nicht. Wir werden uns gegen eine Altersdiskriminierung einsetzen. Und deswegen müssen wir, wenn diese Berichte auch zutreffen und untermauert sind durch Fakten, gesetzgeberisch oder auf dem Verordnungsweg hier gegensteuern. Meine Damen und Herren, Sie haben auch angesprochen, Herr Minister Maas, dass wir im Bereich der Strafprozessordnung Videoübertragungen im Gericht in sehr begrenztem Umfang zulassen. Wir müssen bei dieser Frage sehr genau hinsehen, dass wir durch diese Maßnahme nicht Richter, Staatsanwälte, aber auch vor allem Zeugen unter einen Druck setzen, der einem sachgerechten Strafverfahren nicht dienlich ist. Wir müssen aufpassen, dass das Gerichtsverfahren nicht zu einer Show wird. Deswegen werden wir in diesem Bereich sehr zurückhaltend agieren. Wir brauchen aber auch, wenn es um die Frage, wie geht es bei Gericht zu, ein klares, deutliches Signal für die weltanschauliche Neutralität der Justiz. Deswegen ist die Frage, ob wir nicht im Gerichtsverfassungsgesetz ganz klar gesetzgeberisch regeln, dass Zeugen vor Gericht ihr Gesicht zeigen müssen und sich nicht verhüllen dürfen und dass auch Richter und Staatsanwälte als Zeichen der weltanschaulichen Neutralität vor Gericht kein Kopftuch tragen dürfen. Auch das wird im Gerichtsverfassungsgesetz zu regulieren sein. Meine Damen und Herren, wir leben in einer freiheitlichen, offenen Gesellschaft. Wir leben in einem Rechtsstaat, der die Voraussetzungen für eine wehrhafte Demokratie liefert. Deswegen müssen wir diese Werte auch klar und deutlich verteidigen. Das bedeutet auch, dass wir die Toleranz nicht so weit ausdehnen dürfen, dass letzten Endes die Intoleranten gewinnen. Toleranz bedeutet für uns auch immer Toleranz für unsere Werte, für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit und für Demokratie. Das ist die Richtschnur unserer Rechtspolitik. Daran werden wir uns messen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat die Kollegin Elvira Robinski-Weiß für die SPD-Fraktion das Wort. Vielen Dank.